Sag doch einfach, dass du keine Lust mehr hast. Huch, scheiße, ich bin noch zu sehen, rausgesprungen. Fuck. Ja, dann raus. Ach. Ich muss jetzt aber früh den Fallschirm ziehen, sonst packe ich das nicht. Ne, wir kommen zu dir, wir kommen zu dir. Okay, äh. Die Frage ist, wohin? Blaue Markierung. Bist du genau oben drüber? So, Fallschirm hab ich dann auch schon mal gezogen. Ich bin mal ein bisschen zurückgeflogen, zu euch beiden. Der Shadow ist direkt unter mir. Da landet ein Fallschirm und da landet einer. Ja, links von uns. Sind unten, ja, da am Strand landen auch welche. Sind bei dir da unten welche? Ne, ich seh da keinen. Seh niemanden, ne. Ich mach mal Lagerhalle. Ne, ich schwebe noch. Ich glaube, ich geh mal zur Brücke. Da ist ein Häuschen. Ne, schon wieder ein Mettkoffer. Natürlich. Aber hallo! Ja, man kann froh sein, dass Eva zu früh rausgesprungen ist. Aber hallo! Jetzt hätten wir einen weiten Weg gehabt. Ja, ich hab aus Versehen F gedrückt. Ich bin irgendwie durch. Ach man, ihr seid doch scheiße. Das erleuchtet. Ey! Das ist schon wieder ein Grafinkball. Fuck. Das ist jetzt blöd. Äh. Naja, wir suchen jetzt nicht direkt Blut, sondern die Spieler, die hier waren. Ja, da vorne ist einer. Sechzig. Sechzig, ja. Okay, 60 beim Baum. Geht mal hier raus wieder. Geht jetzt zum ersten Haus. Da sind zwei. Ja, da laufen zwei. Die sind noch da. Und schießen. Ich hab nur ne Pistole. Ich hab ne Shotgun. Das wäre eigentlich ein Headshot gewesen. Ich renne hier an der Seite. Ich flankier sie. Ja, ich komm mit dir. Ich renne mal hin, um zu gucken, was er hat. Wenn er gestorben ist. Hm. Wenn nicht, dann werde ich ihn dann abknallen. Oh, links. Beim. Scheiße, erwischt. Ähm. Ja. 345 vom... Ich guck mal kurz bei euch rein. Dann kann ich's genauer sagen. Ich hab ne Pupspistole. Ich kann nicht wirklich viel machen. Ich seh ihn. Er ist beim kaputten Auto. Er ist beim kaputten Auto. Dann schieß ihn, du hab. Ja. Mach ich mit der Shuttle. Kevin, einmal links lang. Er pusht mich. Oh. Er kommt jetzt rum. Er kommt links. Ah, fuck. Der ist im Klo, glaube ich, oder? Ist er rausgerannt. Da sind immer so die Worte fehlen müssen, wenn man was sagen muss. Ich muss hier gerade mal irgendwie was einnehmen, weil mir geht's so gar nicht gut. Richtig schlecht hier. Ja, er kommt raus, er kommt raus. Er kommt zu dir, er kommt links rum. Jetzt kommt der andere Spieler links beim Haus, geht am Zaun lang, Austin. Ich hab keine Munde mehr, gar nichts. Ja. So, einer tot, der andere steht jetzt gerade zu. Der geht gerade hinter mir. Der kommt jetzt links, der ist links. Ich kann euch überhaupt nicht helfen, null. Warte mal kurz. Geh mal, geh mal zu mir, da kannst du ein bisschen was looten. Das ist gerade schlecht. Ich meine Eva jetzt, ne? Ja. Ich hab ihn einmal getroffen, er ist hinterm Haus, er ist jetzt hinter dem linken gelben Haus. Couchen wir direkt dann. Bleib hier hinten. Ich glaube, da ist noch einer. Schüsse von Südwesten, glaube ich. Ja. Ja, da ist noch einer. Ja, da steht einer am Gartenzaun, zwischen 195 und 210. Ja, äh, ich seh'n. Aber ich kann nix machen. Bin zu weit weg. Ich leg mich einfach mal hier hin. Ist der hinter uns gewesen? Ja. Der eine, der mich gehittet hat, war hinter uns. Der andere ist noch hier irgendwo. Der ist am Gartenzaun bei 210. Ich hab jetzt nicht gesehen, dass er sich bewegt hat, aber ich lieg hier in so einer Kuhle. Mhm. Ich weiß nicht, wo der andere gerade hin ist, der hinter dem Haus... Der ist im Haus, der ist im Haus. In dem Haus, wo ich stehe. Äh, am Fenster. 110. Schlafst du das da vorne alleine? Ich kann nix machen. Ich mein nicht dich, ich mein, äh... Ich hab keine Munde mehr. Ich hab keine Munde mehr. Eva, den, den du gesehen hast, ist bei Shadow Wolf. Nee, nee. Boah, jetzt hinter mir. Meine Fresse, ey. Von wo? Von dem Haus, oben links. Haus 2. Also jetzt 210. Von dem Haus. Und der andere ist halt noch vor uns. Ich hab keine Munde mehr. Ich kann nix machen. Ja, der piekt immer mal wieder. Komm zu mir. Ich hab da auf jeden Fall noch Loot. Ja. Ihr habt ja sowieso nicht mehr viel zu verlieren, wenn da kein... Wenn ihr keine Munde mehr habt. Ach, fick dich. Ja, gut, komm. Knall mich ab. Hier bin ich. I don't care. Danke. Ghetto-Banger, na super. Äh, wow. Ich muss grad verstehen, ich seh den überhaupt nicht. Er guckt aus dem Fenster bei 75, der andere Typ. Der hat ne Ska, hockt jetzt wieder im Haus, in der Ecke. Und der andere Typ war irgendwo bei dem Haus bei 210. Aber ich seh den auch nicht. Ich seh nur den Typen, der da im... Na, der guckt immer mal wieder aus dem Fenster raus. Ganz recht. Ach, der schießt aus dem Fenster. Aus dem Fenster 210. Das sag ich noch schon die ganze Zeit. Was zählst du davon, wenn wir einen taktischen Rückzug machen? Ja, find ich ganz gut. Ich hab nur ne Sicherung. Nico, dieser Name. Okay, dann runter am Berg hier und dann einfach weg. Ja, das Ding ist, ich wusste halt nicht, welchen du meinst, Eva, weil beide aus dem Fenster gucken. Beide hocken in einem Haus und gucken aus dem Fenster. Deswegen hab ich ja 210. Ja, hinter uns haben wir die Bäume, hinter uns haben wir die Bäume. Ja, ich hab eben nur bei Shadow gesehen, dass, äh, als er sich umgedreht hat, freie Schussbahn rausgekommen. Ey, der kommt grad zu uns runter, ne? Der wollte uns jetzt holen. Ja. Gute Entscheidung. Seitdem, er kommt noch weiter hinter euch her. Das glaub ich nicht, der wird nämlich jetzt von dem anderen beschossen. Ein bisschen aufgetrickst haben wir sie jetzt. Rechts sind auch die Türen auf. Wir laufen jetzt auch nicht hier rein, wir gehen ein Stück weiter noch. Und das Gute ist, wir haben jetzt eine Pistole mit gerade mal zwei Magazinen. Ich hab eine Sichel. Sag mal, ist da oben am Baum jemand oder ist das ein Busch? Welcher Baum? Oben am Baum ist jetzt... Weiß ich. Ich glaub, es ist ein Busch. Sieht aus, als würde da jemand liegen. Ja, ich denke es halt, dass manchmal die Büsche so komisch ausschauen. Ja. Manchmal sagt er. Wie war das vor ein, zwei Runden? Ich würde gerne mal eine Runde mit Nachkampfwaffen machen, ne? Mhm. Genau. Challenge accepted. Ach so, eine schöne Runde mit viel Loot, das wär noch was Schönes zum Abschluss. Ja. Der Loot ist echt unterirdisch. Jetzt hier so mit einer Sicherung zu rennen, das ist echt... Echt? Naja, war ein Busch. Wollen wir eigentlich hinlatschen? Ist ne gute Frage. Derzeit sieht jetzt nach random einfach irgendwo hin aus. Richtig. Das ist aktuell der Plan, dass wir erstmal von den Typen da hinweg kommen. Wir haben Auto rechts. Rechts, Auto. Ganz nach dem Motto, lauf! Wohin? Egal wohin, nur weg! Ja. Nehmen wir die kleinen Häuser mal eben mit dir. Vielleicht liegt da ja ein bisschen Munition drin. Guck du, du hast keine Waffe. Ja, ein Revolver mit 15 Schoß, immerhin. Ja. In der Situation nimmt man alles. Ja. Und der Revolver ist eigentlich relativ stark sogar. Immerhin, der wird mit 7.62 Munition beladen, ne? Revolver sind ja allgemein etwas stärker. Mhm. An sich liebe ich auch Revolver. Nur das muss man dabei auch... Also diese Runde hasst uns doch, oder? Ja. Ich akzeptiere das. Also ich muss noch ne Ehrenrunde für mich dann danach machen. Ich kann das nicht so akzeptieren. Ich renne hier mit nem Revolver durch die Gegend. Ich kann's auch so nicht akzeptieren. Ja, ich kann meine Niederlage eigentlich auch nicht so akzeptieren. Hier ist Schrotflinte und Munition. Warum seid ihr nicht tot? Aber ich akzeptiere sie jetzt einfach mal. Ja. Hier sind noch Pistole mit Munition. Weil ich dann nämlich morgen auch wieder muss. Und noch ne Schrotmoni. Immerhin, jetzt hab ich 10 Schuss. Äh, hey. Nioh. Besser als nichts. Also ich hatte, ich hatte ja schon schlechten Blut bei diesem Spiel, ne? Aber das ist echt. Aber so schlecht wie jetzt. Naja, okay. Hier geht's jetzt gerade einigermaßen. Hier liegt noch Notzie, wenn du magst. Aber ich glaube, ich habe gerade tatsächlich so ein bisschen eine Kindheitserinnerungs-Leader-Phase. Ui. Mir kommt nämlich gerade was in den Kopf, was überhaupt nicht hin zum Spiel passt. Hau raus. Geh mit meiner Laterne. Jetzt aber. Okay. Mit meiner Laterne mit mir. Ja. Es ist offiziell. Rippo hat den Verstand verloren. Richtig. Aber ich finde es auch schon mal gut, dass die Zone jetzt nicht in der Stadt ist. Das ist wahr. Er hockt immer noch auf dem Dach übrigens. 330. Wenn er es da oben mag, bitteschön. Äh. Er mag vor allem euch. Ja. Nee, aber ich glaube, das war er nicht. Nee, die Schüsse kommen von der Seite, vom Berg. Äh. Sehen aber nicht. Von links kommen, na, es hört aber nicht auf euch. Ich kann dir Bandagen zum Heilen anbieten. Ich meine, ich habe selber. Also links vom Berg kommt was und dann, aber von wo der Schuss jetzt gerade kam, weiß ich nicht. Weil der auf dem Dach war es nicht. Der hat überhaupt kein Sichtfeld gerade mehr gehabt. Hm. Ach, da vorne auf 300. Und einer hier direkt neben dem Haus am ersten. Ja, sehen. Schließen? Äh, kannst du machen, ja. Ausgenockt. Gut. Mal gucken, wo deine... Da sind noch zwei. Einer zumindest auf dem Feld. Ich den zweiten... Der müsste irgendwo im Busch hocken. Also der ist jetzt hinter dem Baum gekrochen. Naja, er ist tot, er ist tot. Auf drei... Also ein Stück weiter von 300 auf der linken Seite. Ich glaube, ich sehe den Schatten, aber wenn ich darauf festlegen möchte. Da läuft er. Ich versuche es einfach mal. Ja, ich habe ihn auch noch einen mitgegeben. Hat leider nicht gereicht. Hm. Der hat aber gut kassiert. Oh, wir müssen auch in die Zone. Ich kann nicht hingucken. Sie leben immer noch, wow. Naja, ist unglaublich, oder? Dafür, dass wir überhaupt nichts mehr hatten. Ja. Das ist echt so ein Schwein hier. Habt ihr frisch neue geludelt, oder was? Mhm. Wir hatten ein bisschen Glück, dass die beiden Gebäude, in denen wir waren, geludelt wurden. Ihr seht so ausgerüstet aus. Das täuscht. Bis auf die Heilung. Ich sage gerade, ihr seht so nicht, ihr seid. Vielleicht schreckt das ja die anderen Spieler ab. Alter, die Zone ist perfekt. Ohne Scheiß, die ganze Zeit schon. Ja, ja, ja. Da hinten auf der Straße läuft einer. Ja, der wird beschossen. Ja. Sein Buddy kommt. Shadow Wolf direkt zur Front hast du einen. Ja, den meinte Kevin. Gut, okay. Dahinter läuft einer. Oder? Ist doch einer, oder? Wo ist denn dahinter? 195. Ja, ja. Da läuft einer in die Zunge. Ach der Arme. Lass ihn doch laufen, Mensch. Zickzack, Mensch. Scheiß. Ah, den. Oh, wie süß, ey. Scheiß. Wow. Zwei Millimeter vor der Zone. Bam. Wie der ihn abgepackt hat, Alter. Aber wie der auf die Fresse geflogen ist, Anteil. Ja, aber hart, Mann. Er hat mal richtig den Fuß weggesessen. Oh, Mann. Als ob da irgendwo drüber geschaut hat. Bloß auf, hinter euch vom Berg. Da kommt unter Garantie noch was. Da hat sie mich geballert. Ja. Eine Leiche, ja, das ist... Ich betrotze, da vorne war noch einer hinter der Düne. Hinter dem Hügel da vorne. Ja, sag mal, der da vorne auf S ist, das ist doch eine Leiche, oder? Die da liegt. Äh. Schieß drauf und du weißt es. Ja, ich möchte jetzt aber nicht unsere Position schon wieder... Hinter uns, Norden, sitzt einer auf dem Hügel und schießt. Nord 15. Direkt die Mitte. Ja, er ist gerade wieder hinter dem Hügel, ne? Ja. Und ich... Ich seh ihn laufen. Wenn er's schlecht macht, läuft er uns gleich hier vorne. Er macht's schlecht. Oh, da läuft noch einer rechts daneben. Ausgenockt. Beide tot. Sehr gut. Wer wurde mit einem gehittet? Alter, ihr seid in der Top Ten. Ha. Wow. Äh, Shellu, schau doch mal nach rechts. Erstmal laufen wir uns jetzt in die nächste Deckung rein. Die Zone ist nämlich... Ja. Und gleich. Bam, bam, bam. Von Nico. Ja, ist aber schon... Das ist schon ein bisschen länger her. Da hat er schon vor fünf Minuten mitgerechnet. Ach so. Dann werde ich mal kurz raustappen. Um... Come on. Nico, come on. Das wär jetzt echt der Witz. Guck mal, der Baum da vorne. Der da so einsam auf einem Feld steht. Jetzt hab ich mal ein Timestamp aufgenommen. 240. Jetzt kann ich wenigstens sehen, ob's länger her ist oder nicht. Ach so, da ist einer. Ja, hab ich jetzt auch erst gedacht. Ja. Ach so, nee, da hätte ich dann sofort drauf geschossen. Dann geht's gerade so. Guck mal da. Die Zone wird kleiner und kleiner. Nee, ich will einfach nur eine Deckung haben, wo ich den Berg einsehen kann einigermaßen und die Zone mir nicht allzu gefährlich kommen kann. Wieso hab ich eigentlich immer noch einen Benzinkanister dabei? Du, du nimmst doch sowieso alles mit. Ja, ich weiß. Staubsauger. Jetzt ist es auch egal. Ähm, oben 335. Ähm, 285. Ja. Ja. Ja, ja, ballert euch alle gegenseitig über den Haufen. Sehr gut. Wir müssen gleich. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ja. Äh, so. Zone, wir laufen. Ich hab mal jetzt, äh, kurz gucken. Ich wusste nicht, war Staubsauger auf Englisch halt. Aber das ist offentlich nicht. Vacuum. Da ist Rauch. Und da oben, genau. Wir bleiben hinter dem Baum. Der sieht uns nicht. Der ist tot. Er ist gerade gestorben. Er wurde gerade abgeschossen, wenn ich das richtig gesehen hab. Da kommt Kine. Ich glaube, einer hockt bei 15. Ähm, liegt. Oder er ist tot. Aber ich glaube, ich weniger. Nee, er bewegt sich. Der, der lebt da doch noch. 15. Kann auch ein Gebüsch sein. Kann auch ein Gebüsch sein. Ja. Ja, nee, ist glaube ich ein Gebüsch. Nee, das ist ein Gebüsch. Das ist ein Gebüsch. Okay, ich hab nochmal hingesoomt. Wow. Okay, ich glaube einer ist gestorben. Ja. Einer ist gestorben. Okay, der hat eine Ump. Die Zone liebt uns. Es ist nur noch ein anderes Team da, ne? Wenn die zu viert sind, ja. Ja. Dann ist der Benni jetzt der Staubi. Schau du mal ein Stück weiter nach Westen. Ich halte hier im, äh, Norden bis Nordwesten die Augen offen. Ihr solltet euch auf die Socken machen. Die da oben haben es schlimmer als wir. Stimmt. Naja, dann ist das aber kein komplettes Team, wenn die da noch ballern. Ja. Ja. Umso besser. Top 5. Begebt euch, begebt euch doch nach unten hin in die Zone rein. Ja, weil die müssten auf uns zulaufen. Genau. Sollen wir laufen zum Baum rüber? Noch nicht. Das wird doch nix. So viel Glück haben wir nicht. Nico, psch. Pfui. Da läuft einer. 330. Und auf den Berg runter. Ja. Untergesprungen. Wenn du ihn sicher treffen kannst, schieß. Ich sehe ihn nicht. Wir müssen laufen. Zone. Ja, lauf. Er wird abgeschossen. Wir laufen hier direkt hinter dem Baum. Wie sie total synchron mit der Zone loslaufen. Ich sehe einen links beim Baum. Beide. Direkt nochmal ein bisschen weiter unten links. Benni. Ja. Oh mein Gott. Scheiße. Scheiße, Alter. Oh Mann. Oh Mann. Wer hätte gedacht, dass... Ich lache mich dort. Wie geil ist das denn? Wer hätte das gedacht, Mann? Das muss ich... Wow. Ich muss mal kurz begründen, warum ich so geschrien habe. Bis gleich. Nee, ne? Das ist nicht passiert, oder? Mit einer Sichel zum Sieg. Wow. Ist das Hammer. Oh Mann. Ich würde sagen, das haben wir gut geregelt, ne? Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Abschluss. Damit kann ich leben. Jo. Wow. Geil. Hammer. Oh Mann. Awesome. Boom. Boom.